Moin moin meine lieben Serienfreunde. Bei Netflix ist eine neue Comedy gestartet. Sie nennt sich King of Stonks und genau über diese möchte ich in diesem Video sprechen. Ich erzähle euch, worum geht's, was erwartet euch und wie finde ich sie persönlich. Das ist natürlich spoilerfrei, damit ihr danach entscheiden könnt, ob ihr euch King of Stonks anschaut. Mein Name ist Ryan, das hier ist Serienflash und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Bums und dann geht's los. Ja meine lieben Serienfreunde, seit heute dem 6. Juli könnt ihr bei Netflix die neue Original Comedy King of Stonks streamen. Zumindest in der ersten Staffel mit insgesamt 6 Episoden. Ja, mal wieder nur 6 Episoden, die durch Netflix ab 12 Jahren empfohlen werden, dem ich zustimmen kann. Worum geht's in King of Stonks? In King of Stonks geht es um einen Mann namens Felix, einen ITler, der ganz hoch hinaus möchte. Und zwar mit seinem Unternehmen Cable Cash, was er zum größten Fintech-Unternehmen überhaupt machen will. Obwohl er noch nicht mal offiziell der CEO ist, denn der eigentliche CEO, der lässt ihn irgendwie nicht so wirklich CEO sein. Aber dazu kommen wir später. In der Serie geht es um Felix, der versucht alles, um sein Unternehmen ganz nach oben zu bringen. Das Problem ist allerdings, dass es so einige Probleme dabei gibt. Fehlende Kundschaft, aber auch Probleme mit der Mafia und einer Pornoseite. Ja und noch ein paar andere Probleme wie Presse oder andere Konkurrenten. So wie die Deutsche Bank. Wir leben in King of Stonks, wie ein kleiner ITler, sehr korrupt und dennoch sympathisch versucht, irgendwie ganz nach oben zu kommen. Und dabei gerne auch mal eher illegale Wege geht. Dabei schauen wir zu in King of Stonks und alles andere erfahrt ihr, wenn ihr euch die Serie anschaut. Mit jedem Schritt nach oben gibt es einen mehr, der versucht, dich wieder runterzustoßen. Wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, das klingt nach viel Business, viel Wirtschaft, viel Finanzen. Da kann ich euch beruhigen. Es handelt sich bei King of Stonks um eine Comedy. Eine satirische Comedy, die sich mehr um die Person dahinter dreht, als um das eigentliche Produkt. Ist ja jetzt auch nicht so, als wäre ich irgendein verrückter Sonnenkönig, der jeglichen Bezug zur Realität verloren hat. Jetzt könnt ihr damit vielleicht auch noch nichts anfangen. Aber vielleicht könnt ihr was damit anfangen, wenn ich euch sage, Diese Serie stammt von der Bild-Ton-Fabrik, die für Netflix bereits die Comedy How to Sell Trucks Online Fast umgesetzt haben und auch immer noch umsetzen. Und die nun mit King of Stonks im Grunde ihr Erfolgskonzept erneut ausprobieren. Denn King of Stonks ist nicht nur optisch und von der Art und Weise der Erzählung sehr nah an How to Sell Trucks Online Fast dran, sondern basiert genau wie die ursprüngliche Serie auf einer wahren Begebenheit. Mit King of Stonks versucht man uns nämlich so ein bisschen den Wirecard-Skandal aufzuschlüsseln. Allerdings eben völlig fiktional übertrieben, denn man weiß ja gar nicht so viel von hinter den Kulissen. Und da hat sich die Bild-Ton-Fabrik gedacht, ja dann können wir ja einiges zudichten, das Ganze ein bisschen mit Silicon Valley Elon Musk anreichern und eine Geschichte erzählen, wie wir sie wollen, mit ein paar Anlehnungen an die Originalgeschichte. Und genau das ist King of Stonks auch geworden. Ihr bekommt mit King of Stonks eine völlig übertriebene satirische Comedy, die sehr temporeich und sehr, sehr verrückt daherkommt. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Wolf of Wall Street, nur eben in Deutschland, How to Sell Trucks Online Fast und dem Finanz-Thriller Bad Banks. Großartige Serie, solltet ihr euch auch mal anschauen. Diese drei Titel, zwei Serien und ein Film, sind im Grunde King of Stonks. Und das wirklich positiv gemeint. Denn King of Stonks schafft es in einer sehr, sehr eigenen Art und Weise, eine sehr unterhaltsame und trotzdem erschreckende Story zu erzählen, die vor allem auf drei Personen baut. Und zwar Matthias Brandt, Thomas Schubert und Larissa Sira Herden, aka Larry. Die drei sind nämlich so was von gegensätzlich, dass man schon fast sagen kann, dass die so ein wenig die Waage der Serie darstellen. Denn Matthias Brandt, der spielt hier den völlig übergetriebenen CEO Magnus Kramer, der sich als eine Art Elon Musk sieht und das auch genau so spielt. Und das wird völlig abgedreht, völlig dahergeholt und doch irgendwie realistisch, wenn man sich die ganzen Visionäre der heutigen Zeit anschaut. Dann gibt es Thomas Schubert, der so die Mitte spielt von allem. Denn der ist zum einen ein abgewichster Strippenzieher, der trotzdem irgendwie sympathisch daherkommt, auch wenn er ja eigentlich der Gauner ist. Und dann gibt es eben Larry, die hier eine Short-Sellerin spielt, die so ein bisschen die Bodenständige darstellt. Die, die aus dem Realismus, aus der Realität kommt, die versucht letztendlich, diese abgehobenen, toxischen Männer wieder auf den Boden der Tatsache zurückzuholen. Und diese Wiege wird von diesen dreien großartig präsentiert, weil sie auch großartig spielen in ihren jeweiligen Charakteren, so dass man wirklich einen schönen Ausgleich bekommt. Denn ja, es handelt sich bei King of Stonks um eine Komödie. Und dennoch kommt der etwas ernstere Part definitiv nicht zu kurz. Obwohl einige Mafia-Momente doch recht komödiantisch sind, gibt es eben mit vor allem Larrys Charakter eine Instanz, die das Ganze dann doch wieder ernster wirken lässt, als hätte das Ganze auch einen wahren Kern. Und diese Mischung aus völlig abgedreht, guter deutscher Comedy und trotzdem ernsthaften Kern, macht aus King of Stonks wirklich eine sehr unterhaltsame Serie, die ich in einem Rutsch weggeguckt habe und einfach meinen Spaß hatte und mehr davon sehen will, weil ich mir gedacht habe, wie abgedreht ist das eigentlich und wie abgedreht kann das noch werden? King of Stonks ist für mich auf jeden Fall eine Top-Comedy aus Deutschland, die ich euch empfehlen möchte. Solltet ihr sowas wie How to Sell Trucks Online Fast mögen, denn wenn ihr diese Serie liebt, dann werdet ihr auch King of Stonks komplett abfeiern. Aber auch wenn ihr How to Sell Trucks Online Fast vielleicht nur so mittelmäßig fand, schaut da gerne mal bei King of Stonks rein, denn das Ganze ist natürlich noch mal auf einer erwachseneren Ebene und auch auf einer weltweiteren Bühne erzählt, wodurch da auch noch mal ein ganz anderer Vibe reinkommt. Aber ja, ihr müsst natürlich Comedys mögen und ihr müsst satirische Blickwinkel akzeptieren, die doch schon sehr überspitzt dargestellt werden. King of Stonks, definitiv ein Daumen nach oben, ab sofort bei Netflix mit Staffel 1. ich verbiere es jetzt schon nach oben, auf einmal zu schrauben habe, dann barllierst. Vielleicht kann ich es jetzt schon sehen?